Ihr seht's, wir befinden uns auf OmelTV, liebe Freunde, mich juckt's im Auge, was soll das? Ich hoffe, ihr seid gut drauf, ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, ihr holt euch eine super leckere Tasse Tee, was zu snacken und macht's euch gemütlich, denn wir rasieren gleich OmelTV auseinander, inshallah. Und vergesst nicht, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob es hier oder da eingeblendet ist, aber am 7.2., also diesen Sonntag, kommt mein Merch online um 12 Uhr für 12 Stunden nochmal. Dies, das, Ananas-Merch für euch, also falls ihr Bock habt, greift zu, stellt euch einen Wecker und ich würde sagen, wir starten rein in Omel. Hallo. Hallo. Wie geht's? Voll gut, und dir? Gut, danke. Was machst du so? Ich frage mich die ganze Zeit schon auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du mich so einstufen? 10. Echt? Hallo. Hi. Woher kenne ich euch? Nirgends mehr. Kommt ihr aus NRW? Nein. Aus Baden-Württemberg? Nein. Bayern? Nein. Sachsen? Nein. Berlin? Brandenburg? Brandenburger Tor? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 18 gerade geworden. Oh mein Gott. Warum? Wie alt bist du? 16. Ja, ist doch noch in Ordnung, oder? Ja. Also. Hä? Wo hab ich mich gesehen? Meinst du das jetzt ernst? Nein, war ich nicht ernst. Dann wann daten wir uns? Wann du willst. Ähm, welchem Gebiet in Deutschland kommst du her? Dortmund. Dortmund? Boah, ist schon ein Stück. Hast du einen Rollerführerschein oder so? Nee. Könnte schon lieber auf den ersten Blick sein gerade. Bahncard 50? Nein. Scheiße, ja. Bist du YouTuber oder TikToker? Du kannst zuerst mal meine Fragen beantworten. Was hast du gefragt? Machen wir irgendwann mal, oder? Ja. Ja, ich freue mich. Dann gib Instagram. Okay, ich schreibe einfach rein. Hast du den Namen? Willst du meine Schokolade haben? Ich weiß nicht, ob ich wegen der Schokolade oder wegen dir zu dir fahren würde. Oh, die Arme. Ich habe einfach Mario November seinen Namen dahin geschrieben. Hilfe, Hilfe. Die Arme, es tut mir so leid. Ich würde so gerne deine Haare anfassen, dass es so ein Muss. Echt? Warum? Sind die so wild? Oh, die sind anders wild. Und dein Wart. Hast du ein bisschen Crush gerade, oder was? Nee. Du willst. Du willst nicht rein. Ey, können wir so einen Contest machen? Scheiße. Das war aus Versehen. Ey, falls ihr das seht, das war aus Versehen. Ich habe aus Versehen mit meinem Dings hier auf Stopp gedrückt. Es tut mir leid, falls ihr dieses Video seht. Es tut mir leid. Ich finde dich schön. Aber du bist nicht... Also, ich habe keinen Crush auf dich. Okay, wegen altes Unterschied, oder? Nö. Oh mein Gott! Ist das echt? Greta, guck mal! Greta, guck! Einfach, du willst mich jetzt einfach hier vor meinen ganzen Zuschauern korben. Ja. Greta, guck! Du meinst, ernsthaft? Wer ist das? Gehst du mir nicht? Oha, du kriegst... Ey, du kriegst voll den Anfall. Ich werde angeschossen. Ich will doch einfach mich nur unterhalten. Warum klicken mich alle weiter, weisch? Ja, das Spuh wird legen nicht mehr weiter. Okay, Ehre. Okay, passt auf. Ich habe eine wichtige, interessante Frage. Auch ihr Jungs da hinten, gell? Ja. Seid ihr vom anderen Ufer? Nee, oder? Nee, ist gut. Habt ihr das überhaupt versch... Weißt du, was anderes Ufer ist? Ja. Ja. Okay. Greta, sie wird angeschossen. Ja, ich helfe dir. Ich kann aber kein Fortnite spielen. Ähm, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hä, wer bist du denn? Ich bin... Hallo, ich bin Cedric. Ähm, ich würde gerne eine Bewertung von jedem Einzelnen von euch wissen. Von bei mir nur Aussehen und so. Eins bis zehn. Oberflächlich. Könnt ihr auch richtig ranzig reinscheißen. Von eins bis zehn? Ja. Äh, äh, sieben. Ist okay. Mit zehn, Rudi, ich güsste mich aus. Sie voll, sie voll. Ich will das voll mit dir. Warte, ich rede dir voll. Achte, halb, neun. Oha, im Karot. Genau. Oha. Ja, hä? Woher kennst du dich? Hä, bist du behindert? Alter, ich wurde einfach... Kleine Pisser. Tschüss. Guck mal, die drücken mich nicht weg. Letzte Bewertung. Ich bin glücklich jetzt. Oh, das ballert. Mann, warum guckt der meine Story? Nee, ich... Ey, ich kann deine Story gucken. Okay. Sag mir, wo ich gucke rein. Okay. Soll ich reinschreiben? Ja. Boah, schreibst du langsam, ne? Wow. Ja, warte. Ich hoffe, du bist öffentlich. Warum hat die mich jetzt weitergedrückt? Weiß nicht. Einfach... Einfach... Der Typ ist lost. Einfach ehrenlos. Hat die mich einfach weggedrückt. Eine sie oder eine? Eine sie. Oh, nee. Hat das fast die Nummer, stimmt's? Nein, nein. Aber die hat so... Ich bin so in diesen Talk rein. Da meinte die so... Warum guckt der meine Story nicht? Und ich so... Ja, wer? Ich kann deine Story gucken, ne? Wollte ich so ein bisschen flexen mit meinem blauen Haken. Wollte ich einfach Story gucken, dann sieht die so... Oh, der hat blauen Haken. Ciao, ne? Ja. Ja, drück die weiter. Wow. Kurze Frage. Am Rande kannst du mich einfach oberflächlich... Wie richtig wie? Oberflächliches Arschloch von 1 bis 10 bewerten aussehen nur? Meine Meinung? Ja. Äh, sieben. Hallo? Was geht? Hallo? Erstmal wieder auf Lowkey tun, als hätte man ihn nicht erkannt. Geil, Alter. Was geht bei euch? Nichts. Wir machen uns grad essen. Was gibt's Leckeres? Chicken Nuggets. Oh, geil, Alter. Hätte ich auch Bock drauf. Hallo, ich bin Mario November. Nein, das ist nicht Mario. Mario November sieht anders aus. Ey, besser oder schlechter? Besser, glaub ich. Wie alt seid ihr? Darf ich schätzen? Ja, schätzen mal. Ja, schätzen mal. 14 und 13. Hä? Wie heißt das? War echt richtig? Ja. Sie ist 14, ich bin 13. Einfach, ich komm gerade einfach. Ey, das war das erste Mal, dass es gut geschieht. Ich hab vorhin eine 13-Jährige auf 20 geschätzt. Er hat Tattoos. Ich hab auch Tattoos, die sieht man einfach nur nicht. Zeig mal. Nee, kann ich nicht. Du siehst aber aus wie dieser Zeddo irgendwie. Das ist der. Nein. Hallo, ihr zwei. Nein. Ist das nicht da mit den Katzen? Der mit den Katzen? Suche Partner, ja, gib doch Partner, Alter. Was für Suche nach Partner, Alter. Gib doch einfach Partner jetzt, ey. Ich suche schon so lange nach Partner. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Welche Katzen? Jetzt musst du weiter raten. Der denn mit Tina Neumann zusammen war? Du nur bist mein Sonnenlicht. Ich liebe dich. Ich komm nicht klar. Ich hab ihn gesehen, ich wusste das. Was für Katzen? Irgendwann bist du so blöd. Ja, es geht doch nicht. Wer, ey. Du musst mir jetzt erklären, wen mit den Katzen meinst du. Es gibt so einen TikTok-Kart. Der hat so übel süße Katzen. Die heißen so Snow und so. Und du siehst halt auch wie er. Hallo, Teddy. Oh mein Gott. Oh, der Teddy hat aber eine tiefe Stimme. Salam Aleikum. Was geht? Aleikum Salam. Ich versuche ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Und könnt ihr mich auf einer Skala von 1 bis 10 einfach oberflächlich bewerten. Aussehen einfach nur so. 10. Echt? Ich würde mich kündigen sehen. Echt? Warte mal. Also das Ding ist, ich arbeite, also ich bin halt Porno-Darsteller. Echt, fühlst du mich so gut? Echt nicht bist du nicht. Es gibt eindeutliche Sicherheit. Oh, danke. Oh, bitteschön. Und was sagt deine Freundin? Drei, oder? Warum drei? Ich schwöre, mach dich selber nicht so fertig. Ja, keine Ahnung. Weißt du, so lange du dich selber als eine 10 nimmst. Es ist scheißegal, was andere sagen. Wow, warum bist du so cute? Weil ich selber mal absolut kein Selbstbewusstsein hatte. Echt? Ich schwöre, absolut krank, Alter. Oha, du bist echt eine gute Seele. Man merkt das richtig. Dankeschön. Voll cute. Nein, du bist YouTuber. Vielleicht hast du dich jetzt gerade selber verraten, ne? Dass du halt ein bisschen oft auf so Seiten unterwegs bist, ne? Ja, da lachst du, ne? Ist es für euch in Ordnung, wenn ich das in ein YouTube-Video mit reinschneide? Oder wolltet ihr das... Wenn du mir sagst, wie du auf YouTube passt, dass ich das Video anschauen kann, dann ja. Okay, sag ich dir. Aber merkst du, und dann drücke ich weiter, weil ich will nicht eure Reaktionen sehen, weil ich habe nur 30 Abos, okay? Wie süß, Alter, ich komme nicht klar. Was war das für ein lieber Mensch? Wie sie sagt, warum hast du so wenig Selbstbewusstsein? Brauchst du nicht haben, wenn du dich selber... Oh, das war so süß. Ich wünsche dir echt nur das Beste. Falls du das siehst, du wirst das sehen. Ich wünsche dir das Beste. Das ist echt eine gute. Dein Schatten sieht aus, als wäre dein Geist, ne? Ich weiß, Zedou, ich habe eine ganz kurze Bitte an dich. Ja. Guck mal, meine beste Freunde, ne? Ja. Grüß nach Fan von dir. Die hat sich auch ein Pudel von dir bestellt und zum Geburtstag. Und ich möchte ein Video machen, wie du sagst. Hallo, Sina, kannst du das bitte machen? Ja klar, mach, let's go. Ich warte, die Geltzeit, bis du kommst. Geil. Ja, mach mal ein Video. Als ob. Ey, die Freundin von Sina, ich habe dich nicht weiter gedrückt. Ich weiß nicht, ob du aus Versehen auf den Knopf gekommen bist. Es tut mir mega leid. Aber Grußvideo jetzt an Sina. Sina, ich küsse dein Herz. Danke, dass du mein Merch bestellt hast. Bleib, wie du bist. Inschala sieht man sich mal in Real Life. Und du hast eine richtig coole, sehr liebe Freundin. Ich habe wirklich nicht auf den Knopf gedrückt. Das war nicht ich. Also, es tut mir leid. Und es war ein sehr schönes Gespräch. Ist everything okay with you? Ey, ich zeig mal drittet. Okay, warte. Hey, du hast ein Problem. Oh mein Gott, ich bin dein größter Mann. Hallo, kann ich in Deutsch sprechen, bitte? Das ist Hedo, warte. Das ist Hedo. Ja, hat der Satz jetzt schon geklappt? I don't understand if you... Kann ich Englisch sprechen? Thank you. Welcher? Irgendwas mit C. Irgendwas mit C? Ja. Cocktikoff. Nein, nein, aber ich bin irgendwas mit C. Such mal den Kanalnamen. Nein, das war das nicht. Warum frischst du keinen Englisch mit mir, Alter? Was soll das? Ich küsse meine Mom. Wen? Meine Mom. Okay. Liebe Grüße, Motor, okay? Echt nicht? Nein. So. Nein, aber irgendwas anderes. Okay, warte. So? Ja, genau, genau. So, Leute. Das war es mit dem Ommel-TV-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltend. Und ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr keine Ahnung nicht abonniert habt, macht das gerne. Würde mich sehr freuen. Es kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video für euch. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns morgen wieder oder auf Instagram. Ich weiß nicht, wo es da eingeblendet ist. Ich bin immer ein bisschen überfordert. Haut rein. Bis morgen. Ciao. , ich sehe euch nicht überfordert. Ich schade die STARFer congrats. Ich schade euch mal. Ich fahre. Ich habe vielesilleurs ein Ellie. I got a lot to do At the crack of dawn In the dark of night What I got to do